Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin, hier dreht sich alles ums Thema Volleyball. Und dies ist das vierte Video, wo es um die Jahresplanung geht. Es geht um Konditionen. Bleibt dran, schaut es euch an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf diesem Kanal. Das ist das vierte Video aus einer Reihe von insgesamt sechs Videos. Heute geht es um die Kondition. Wenn ihr die letzten drei Videos verpasst oder noch nicht gesehen habt, dann einfach mal auf meinem Kanal gucken und einfach nochmal diese Videos reinziehen. Ich denke, da sind ganz schöne und wichtige Informationen drin, mit denen ihr auf jeden Fall etwas anfangen könnt. Und wenn ihr auch in Zukunft kein Video verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr eine Nachricht, sobald das nächste Video online ist. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten rein in die Kommentare. Ich antworte dann so schnell es geht auf eure Fragen. Bevor wir uns die Periodisierung für die Saison angucken, möchte ich noch kurz mit euch über die Konditionen im Allgemeinen sprechen. Wir unterscheiden die vier Bereiche Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit. Und wenn wir uns einen perfekten Volleyballsportler vorstellen, dann wäre es im Bereich der Kraft natürlich eine Explosivkraft, die wir als Volleyballspieler oder Volleyballspielerin brauchen. Das heißt, ich muss hoch springen können, ich muss hart schlagen können und ich muss mich maximal schnell auf dem Feld bewegen können, um auch an schwierige Bälle noch heranzukommen. Im Bereich der Schnelligkeit geht es um Reaktions- und Aktionsschnelligkeit, die ich trainieren muss. Im Bereich der Ausdauer sprechen wir von der sogenannten Spielausdauer, die wir als Volleyballsportler brauchen. Denn die Spielstruktur zeigt ja, dass es kurze Ballwechsel sind, vielleicht 7 bis 15 Sekunden im Regelfall und anschließend eine kurze Pause, die ebenfalls etwa 10 bis 15 Sekunden lang dauert, bevor der nächste Ballwechsel startet. Ein ganzer Satz dauert vielleicht 20 bis 25 Minuten, unterbrochen durch Auszeiten. Und nach jedem Satz gibt es auch eine 3 Minuten Pause. Und je nach Spieldauer, also sprich 3, 4 oder sogar 5 Sätze, dauert dann so ein Spiel auch mal bis zu etwa 2,5 Stunden. Und über diesen gesamten Zeitraum muss ich eben ausdauertechnisch gut aufgestellt sein. Insofern beschreibt die Spielausdauer genau diese Fähigkeit, kurze Ballwechsel mit kurzen Pausen über einen langen Zeitraum aushalten zu können. Für den Bereich der Beweglichkeit habe ich mir den Begriff Volleyball-spezifische Mobilität überlegt. Denn auf der einen Seite brauche ich eine gute Dehnfähigkeit meiner Muskeln, um die verschiedenen Techniken gut anwenden zu können und alle Körperstellungen erreichen zu können. Auf der anderen Seite darf meine Gelenkmobilität nicht übermäßig groß sein, damit ich eben noch stabil in meinen Gelenken bin und alle Positionen ohne Verletzungen durchführen kann. Die verschiedenen Phasen einer Saison habt ihr bereits in den letzten 3 Videos kennengelernt. Und auch heute wollen wir genau in diesen Blöcken denken, um diese mit Inhalten zu füllen. Die Übergangsphase 1 ist direkt nach der vergangenen Saison und ist meistens durch eine Pause geprägt. Denn erstmal werden sich die meisten Mannschaften ein bisschen Zeit zur Regeneration gönnen. Solltet ihr mit eurer Mannschaft trotzdem bereits wieder ins Training starten, dann könnt ihr die Inhalte aus der VP1 nehmen. Die Vorbereitungsphase 1 hat folgende Inhalte. Auf der einen Seite trainieren wir anfangs unsere Grundschnelligkeit und darauf aufbauend gegen Ende der VP1 bereits Aktions- und Reaktionsschnelligkeit. Außerdem betreiben wir Muskelaufbautraining, also Hypertrophietraining, um unsere Muskeln auf die Belastung vorzubereiten, die wir dann später in der Saison brauchen. Im Bereich der Ausdauer steht erst einmal Aerobeausdauer auf dem Programm. Das heißt wir können allgemeines Ausdauertraining wie Laufen, Joggen, Schwimmen, Radfahren oder Inlineskaten machen. Oder auch eben andere Sportarten, die sehr ausdauertechnisch geprägt sind. Darauf aufbauend können wir bereits zum Ende der VP1 Schnelligkeitsausdauertraining machen. Für die Bewirklichkeit bieten sich verschiedene Dehnungsprogramme an, um unserem Körper auf die verschiedenen Belastungen vorzubereiten. In der VP2, der Vorbereitungsphase 2, also den letzten Wochen vor der Saison, müssen wir nun immer mehr Richtung Spielhandlungsschnelligkeit gehen. Denn natürlich soll die zuvor trainierte Reaktions- und Aktionsschnelligkeit sich in Spielhandlungen widerspiegeln. Das heißt wir werden viele Schnelligkeitsübungen am Ball machen, um genau sehr zielgerichtet uns aufs Volleyballspiel vorzubereiten. Im Bereich der Kraft können wir nun mit Maximalkrafttraining starten. Das heißt das Gewicht wird deutlich höher und die Wiederholungen schrumpfen. Dafür ist aber eben notwendig, dass wir auch im Bereich der VP1 Muskelaufbau betrieben haben. Für die Ausdauer müssen wir spätestens jetzt anaerob trainieren und Schnelligkeits- und Schnellkraftausdauer betreiben. Die Übungen können durchaus auch am Ball sein, um möglichst spielspezifisch zu arbeiten. In den Wettkampfphasen 1 und 2 setzt sich das Training fort. Hier gilt es natürlich die Umfänge im Bereich der Kondition so weit zu reduzieren, dass ich einfach nur gut die Form halte bzw. formsteuernd eingreife. Grundsätzlich möchte ich aber natürlich mehr Zeit für Taktik und psychologische Maßnahmen aufbringen. Insofern muss ich einen guten Mittelweg finden, um konditionell auf der Höhe zu bleiben und gleichzeitig die Umfänge zu reduzieren. Im Bereich der Schnelligkeit steht die Spielhandlungsschnelligkeit weiterhin im Vordergrund, also Schnelligkeitsübungen mit Ball. Auch das Maximalkrafttraining setze ich fort, bei möglicherweise reduzierten Umfängen und gleichzeitig explosiver Ausführungsweise. Im Bereich der Spielausdauer geht es nun immer mehr um die sogenannte Konzentrationsausdauer. Für den Bereich der Beweglichkeit ziehen sich die Dehnungsprogramme über die gesamte Saison. In Sachen Dehn verfolgt nun mal jeder Trainer und Spieler seine eigene Philosophie und auch da müsst ihr euren eigenen Weg finden. Ich empfehle Dehnübungen gemeinsam am Ende des Trainings, um einen entsprechenden Abschluss zu schaffen, wobei jeder Sportler seine eigenen Übungen kennt und eigenständig durchführt. Abschließend bleibt zu sagen, dass wenn wir über Kondition sprechen, dies natürlich ein ganz wesentlicher Faktor in jeder Sportart ist und natürlich auch beim Volleyball. Insofern bietet es sich an, gerade im Bereich Konditionen eben etwas mehr zu tun. Wenn ihr nur ein bis zweimal die Woche Training habt, so empfehle ich euch noch eine weitere Einheit einzuführen, in der ihr Volleyball spezifisch arbeitet. Letztendlich stelle ich immer wieder fest, dass gerade der Bereich Konditionen so vernachlässigt wird, dass eine weitere Leistungssteigerung für Spieler oder Spielerinnen nicht mehr möglich ist. Im nächsten Video wird es um die psychologischen Maßnahmen geben und was ihr wann in der Saison unterbringen könnt, um euer Team richtig für die Wettkämpfe einzustellen. Wie immer freue ich mich über jedes Like und eure Nachricht in den Kommentaren und wenn ihr den Kanal abonniert und die Locker aktiviert, bekommt ihr auch eine Nachricht, sobald das nächste Video dieser Serie online ist. Wir sehen uns dann, ich freue mich, macht es gut, tschüss und bye bye, euer Martin. Vielen Dank.